So liebe Freizeitparkfreaks, wir sind im Zirkus des Horrors. Genau, wir haben unsere Plätze gefunden, in der Hinsicht nochmal vielen Dank an die Geschäftsführung und die Leitung vom Zirkus des Horrors, dass wir hier sein dürfen. Ja, die ersten Eindrücke waren, wie wir eben schon ein bisschen direkt aus der Sympathie heraus übermittelt haben. Wie? Super klasse. Was hast du da hinten? Alles top. Alles top, super geil. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall und werden euch zwischendurch immer mal ein paar Impressionen und Kurzausschnitten aus der aktuellen Show Asylum, das muss den Namen, den werde ich wahrscheinlich nie können, werden wir euch übermitteln und in der Hinsicht abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde mal sagen, auch hier vom lieben Kanal, aktiviert die Glocke, die wir ja nicht vergessen haben. Glocke, machen wir gleich noch ein Ausbildungsgesetz. Mal schauen, ne? Machen wir. Machen wir, ne? Wir müssen euch ja ein bisschen mit Content füttern, ne? In der Hinsicht, wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Thank you so much. You're welcome.